Dieses Thema heute Abend liegt mir schon seit einiger Zeit auf dem Herzen. Ich habe mich damit beschäftigt und ich muss gestehen, jedes Mal, wenn ich mich darauf vorbereitet habe oder das gelesen habe, da habe ich geheult. Ich fange mal mit folgender Frage an. Wann hat ein Mensch erfolgreich gelebt? Wann hat ein Mensch erfolgreich gelebt? Und da haben wir ja so unsere Vorstellungen, gerade auch als Deutsche mit unseren gesellschaftlich relevanten Sachen, was man so an Zielen erreicht und was man so an Wünschen hat und Beruf und was nicht alles. So die Lebensvorstellungen. Wann hat ein Mensch erfolgreich gelebt? Ich meine diese Sachen gar nicht. Ich meine wirklich erfolgreich. Also nicht das Erreichen von eigenen Zielen, die man sich so gesteckt hat, sondern um ein wirklich, wirklich erfolgreiches Leben. Was ist eigentlich der absolut entscheidende Punkt? Wenn man aus christlicher Sicht die Sache betrachtet, kommt man sehr schnell an die Basics. Nämlich das Wichtigste in diesem Leben ist nicht, dass man erfolgreich ist oder was weiß ich, gute Ehe hat oder sonst was. Das Wichtigste in diesem Leben ist, dass man durchdringt zum ewigen Leben. Es gibt nichts, überhaupt nichts, was auch nur annähernd so wichtig ist wie das. Deshalb hat auch Sigrid am Anfang über das Thema Bekehrung gesprochen. Das Wichtigste ist, dass wir in diesem Leben eine Neugeburt erfahren und in das eigentliche ewige Leben hineinkommen. Denn was nützt es uns, wenn wir noch so schön leben können, am Ende aber an diesem Eigentlichen, was Gott für uns hat, dem ewigen Leben vorbeischlittern. Das ist interessanterweise ein Punkt, den die meisten Menschen sehr leichtfertig abtun. Das ist sowas, was man irgendwie nach hinten schiebt oder, ja, ja, wenn ich mal alt bin oder so nach dem Motto, das kläre ich auf dem Sterbebett, ja, und solche Sachen. Also das wird so weggetan. Dabei ist es das eigentlich Entscheidende, das Wichtigste, was überhaupt für uns dran ist. Und das müsst ihr euch so vorstellen, wenn man an diesem Ziel, wenn man das nicht erreicht, dann ist es im Grunde genommen vollkommen wurscht, ob man ein paar Meter daneben vorbeiläuft oder ein paar Kilometer. Es ist vollkommen wurscht. Entweder erreichst du das Ziel, wirklich das Ziel, oder du läufst daneben vorbei. Aber wie weit du vorbeiläufst, ist eigentlich egal. Und das werden wir heute merken. Da gab es nämlich Leute, die waren dabei, ziemlich weit vorbeizulaufen, aber der Herr hat Gnade geschenkt. Wohingegen die meisten Menschen, die in ihr Verdammnis landen, die werden ziemlich knapp am Ziel vorbeilaufen. Bedauerlicherweise. Das sind die, die sagen, na, ich habe doch keinen umgebracht. Der Herr wird schon zufrieden mit mir sein. Irrtum, euer Gnaden, wird er eben nicht. Und darum geht es heute. Gnade, die Gnade Gottes ist nämlich ein durchaus sehr provokantes Thema. Ein Thema, wo es Leute gibt, die sich richtig, richtig darüber ärgern können. Das ist alles andere eigentlich als sowas, was man so wie Zuckerwatte abtut. Von wegen. Das geht sowas von ans Eingemachte und ärgert den, wie soll ich mal sagen, den Menschen, der nicht erlöstet, ärgert das ungemein. Und das werden wir, denke ich, heute Abend sehen. Wer das Ziel verpasst, das eigentliche Ziel dieses Lebens, der wird in die ewige Verdammnis kommen. Das eigentliche Ziel des Lebens ist, ins ewige Leben zu kommen, ewiges Leben zu ergreifen. Und wer daran, wer das nicht erreicht, der ist für immer gescheitert. Und im Grunde genommen, ihr Lieben, ist es vollkommen wurscht, ob ein Mensch auf Rosen gebettet durchs Leben geht und das Ziel erreicht. Oder ob er von einer Katastrophe in die andere schlittert und das Ziel erreicht. Hauptsache erreicht das Ziel. Das sind hier 60, 70, 80 Jahre und dann das ewige Leben. Die Relation, die muss man sich einfach auch manchmal bewusst machen. Um was geht es denn eigentlich in diesem Leben? Wir sind sowas von diesseits fixiert. Und der Feind versucht alles, um uns da schön drin zu halten, dass wir ja uns mit allem Möglichen beschäftigen. Und diesen Blick auf die Ewigkeit möglichst verlieren. Ja. Ich möchte einen Menschen vorstellen. Oder von einem Menschen sprechen, der ein absoluter Versager ist. Den kennt ihr alle. Oder von dem habt ihr alle schon gehört. Ein absoluter Versager. Eine richtige gescheiterte Existenz. Ganz jäberlicher Typ. Der wird allgemein als der Schecher bezeichnet. Der Schecher am Kreuz. Schecher ist nichts anderes als ein alter Ausdruck für Räuber. Der Schecher am Kreuz. Der mit Jesus da gekreuzigt wurde. Also der Typ hat sein Leben ja nun wirklich verhunzt. Das waren Verbrecher. Wahrscheinlich ein Mörder und sie haben ihn geschnappt. Zu dumm gelaufen. Und dann ist was Interessantes. Als er da sich mit dem anderen unterhält, dann sagt doch der Typ tatsächlich, dass er zu Recht hingerichtet wird. Das heißt, wir wissen nicht, was der ausgefressen hat. Aber er wusste es. Und er wusste, ich habe die Todesstrafe verdient. Das fand ich schon mal interessant. Also was immer der Typ gemacht hat, er hat gesagt, okay, ich habe die Todesstrafe verdient. Wer würde sowas schon von sich sagen? Verdiente Todesstrafe. Heißt in Lukas 23, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Sagt er zu seinem, dem Dritten, der da mitgekreuzigt wurde. Dieser, nämlich Jesus, aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und dann starb der da, am Kreuz. Nackt, jämmerlich, völlig unbekannter Verbrecher, wird kein Name, übermittelt nichts. Also nach menschlichem Ermessen die absolute Loser-Story. Keine Erfolgsgeschichte. Dieses Leben ging in die Hose. Und zwar so sehr in die Hose, dass der aus der Gesellschaft entfernt werden musste. Und er das sogar akzeptiert hat. Ein vergeudetes, verpfuschtes, verspieltes Leben. Zumindest bis hierhin. So, und dann begegnet dieser Typ Jesus. Und zwar in ihrer beider Todesstunde. Genau in dem Moment, oder in den Stunden, wo er stirbt, begegnet ihm Jesus. Okay. Wie gesagt, wir sollten nicht ganz so lange warten in unserem eigenen Leben. Aber dank der Gnade Gottes, in seinem Todeskampf, vor der glotzenden Menge, die sich dieses Spektakel angeguckt hat, spricht er mit Jesus. Und das, was uns überliefert, ist nicht sehr, sagen wir mal, lang, was die da geredet haben. Das war auch nicht unbedingt die Situation, da im Todeskampf lange Gespräche zu führen. Er konnte nur noch stammeln, vielleicht nur ein paar Worte rausquetschen. Aber die hat er genutzt, um mit Jesus zu sprechen. Er sagte nur ein paar Worte. Und die haben gereicht, um mit Jesus, wie soll ich mal sagen, in Touch zu kommen. Und das Wichtigste, was er sagte, war, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, also Jüngchen, hör mal her. Also so eine Niete wie du, du hast ja wirklich alles versemmelt, was man überhaupt nur versemmeln kann. Da kannst du gerade mal abhaken. Oder er sagt, ja, Kerlchen, also da musst du erst mal mal ein bisschen was machen. Da musst du erst mal folgende Dinge tun. Und erstens, zweitens, drittens, Buße und hierfür und dafür und so weiter. Ja, und das wickeln wir mal ab und danach reden wir wieder. Nein. Er fragt ihn auch nicht, hast du denn das Gesetz gehalten oder wofür bist du überhaupt hier bestraft worden oder irgendwas, gar nichts. Der kommt zu ihm und sagt, gedenke meiner. Und Jesus sagt, ja. Die einfache Frage des Menschen, der wirklich sein Leben versaut hat, an Jesus reicht völlig aus, dass Jesus den Akzeptierten annimmt. Jesus sagt zu ihm, wahrlich, also Amen, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dann starb der Typ. Völlig vergessen und namenlos. Wisst ihr was? Der Mann hat erfolgreich gelebt. Der Mann hat im höchsten Maße erfolgreich gelebt. Der hat im Leben alles in den Sand gesetzt, was du dir mal vorstellen kannst, aber das aller, allerwichtigste, das Entscheidendste, das hat er ergriffen. Zugegeben, ein bisschen spät, aber er hat zergriffen. Er hat die Hauptsache erreicht. Dieser Mann bekam von Jesus die Zusage ewigen Lebens. Der kam, um es mal so zu sagen, mit Kratzern und in Lumpen und zerschlagen, gerade so über die Ziellinie gehumpelt. Aber er kam rein. Er kam über die entscheidende Ziellinie. Er lief nicht, wie all die Leute um ihn herum, kilometerweit, neben dem Ziel vorbei. Tja. Der Typ wird im Himmel sein. Oder ist schon im Himmel. Erfolgreiches Leben aus der Sicht Gottes wird völlig anders bemessen, als wir normalerweise so unser brav bürgerliches, erfolgreiches Leben so interpretieren. Es geht darum, dass wir das eigentlich kostbarst erreichen. Da ist das Neue Testament proper voll mit. Jesus sagt beispielsweise in Matthäus 16, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Gott will, dass wir über dieses Ziel kommen. Er hat alles für uns getan. Er bietet es uns an. Wie gesagt, aus seiner Gnade heraus. Aber die Gnade ist nicht irgendwie willkürlich. Die muss man ergreifen. Du bist nicht in der Gnade einfach nur, weil du braver Bürger bist oder weil du in irgendeine Institution gehörst oder weil du irgendwelche Kirchenschaften bezahlst oder sonst was. Du musst es ergreifen. Du musst es für dich in Anspruch nehmen. Und jeder, der ein Bekehrungserlebnis hat, der weiß das. aktiv nehmen und dann hat er es. Die Gnade steht jedem zur Verfügung, aber nur der, der sie für sich beansprucht, der bekommt sie auch. Und hier, da gab es ja noch den zweiten Typ am Kreuz. Von dem lesen wir gar nichts. Wir wissen nicht, was da passiert ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der diese letzte Chance in seinem Leben hat verstreichen lassen, ist relativ groß. aber dieser Schächer eben nicht. Der hat es ergriffen. Und daran bemisst sich, ob ein Leben erfolgreich ist, oder nicht aus geistlicher Sicht. Kommst du ins ewige Leben hinein oder eben nicht. Alles andere ist zweit-, dritt- und viertrangig. Jesus sagt, wer Jesus, also die Bibel sagt, die Bibel sagt, wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Ganz einfach. Wer Jesus als Herrn und Retter persönlich angenommen hat, der hat das Leben. Und wer das nicht hat, ist vollkommen wurscht, was sonst ist, der hat das Leben nicht. Und das hat mit unserem moralischen Leben wenig zu tun. Guck mal, es gab eine Unmenge von religiös-moralisch sehr korrekt lebenden Leuten zur Zeit. Jesu. Die haben zum größten Teil das, was Gott ihnen angeboten hat, nicht ergreifen können. Aber der Typ, der völlig daneben lag, der hat es ergriffen. Und da habe ich ein dramatisches Beispiel, ein deutsches Beispiel, was ich euch vortragen möchte, gerade zu dieser Zeit, 70 Jahre nach Kriegsende. Denke ich, ist das eine Sache, die für uns wichtig ist. Und für mich ist das sogar fast wie ein Bild für Deutschland, was dieser Typ erlebt hat. Also, ihr habt es ja schon gelesen, in der Einladung, Wilhelm, Bodebin, Johann, Gustav, Keitel. So hieß der Knabe. Okay, ja Johannes, du kannst ihn mal anwerfen, das erste Bild. Genau, da haben wir den Herrn Keitel. Der Herr Keitel ist 1882 geboren, hat Abitur gemacht, wurde Fahnenjunker in der Artillerie. Dann wurde er Leutnant, dann wurde er Regimentsadjudant, hat geheiratet, fünf Kinder bekommen, dann war der Erste Weltkrieg, da war er an der Westfront und wurde dort in den großen Generalstab versetzt. wurde dann auch im Krieg schwer verwundet und danach, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, blieb er im Militär. Das war schon mal was, weil die meisten sind natürlich dann rausgegangen, das Militär wurde ja sehr, sehr stark aufgelöst, aber er blieb als Offizier im Militär und hat dann dort auch in Hannover und Minden und sonst wo gearbeitet und wurde später Major und dann ins Reichswehr Ministerium berufen. Ja, er übernimmt in diesem Reichswehrministerium vor allen Dingen Planung für die Heeresvergrößerung und das war so bis 1930 und dann kommt 1933. 1933 übernehmen die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland. Jetzt muss man zunächst mal wissen, das Militär, also die Reichswehr und die Nazis sind zwei verschiedene Gruppierungen. Es gab im Militär große Menge Offiziere, vor allen Dingen Adlige Offiziere, die wollten mit den Nationalsozialisten nichts zu tun haben. Die waren aber Militäroffiziere, die waren in der Reichswehr. Die hatten mit der politischen Entwicklung nicht unbedingt was gemein. Wenn wir uns heute so rückblickend damit beschäftigen, ist das für uns immer eins. So nach dem Motto, jeder Soldat, jeder Offizier waren alles Nazis. Das stimmt so nicht, wie heute auch nicht jeder Soldat unbedingt die regierende Partei jetzt wählen muss. Also da gibt es zwei verschiedene Bereiche. Und Hitler hat sich irgendwann hat das ganze Ding umgebaut und hat einen Mann gesucht, den er gebrauchen konnte, der im Grunde genommen so linientreu war, dass der über die Schiene das ganze Militär steuern konnte. Das heißt, er brauchte einen hohen Militär, der so linientreu war, dass er gesagt hat, der macht alles, was ich will. Und da kam unser guter Herr Keitel ins Spiel. Nach der Machtübernahme der Nazis wurde er also befördert. Erst in Bremen, dann wurde er nach Berlin berufen, dann wurde er zum General ernannt. Dann 1938 hat sich Hitler selbst zum Oberbefehlshaber der Armee gemacht, wie gesagt, und hat das alles umgebaut und wie gesagt, jetzt brauchte er einen linientreuen Typ, der völlig nach seinen Vorstellungen funktioniert hat. Und da hat er den Keitel berufen. Er wurde der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, der oberste Soldat oder Militär in ganz Nazi-Deutschland, der aller oberste Boss. Ja, er wurde dann zum Generalfeldmarschall, so nannte man das, berufen. Der war nichts weiter als ein Handlanger von Adolf Hitler. Und das Militär, die Militärführung, die hatte Stress mit dem. Es gab also keinesfalls so, es war keinesfalls so, dass das Militär immer ganz blind alles tun wollte, was von der politischen Seite kam. Da gab es Widerstand. aber der Keitel, der hat den Widerstand völlig ausgemerzt. Das heißt, er war wie, sagen wir mal, die rechte Hand von Hitler. Das, was Hitler wollte, hat er als von der Position, die er hatte, umgesetzt. Das hat ihm den Spitznamen La Keitel, also ein Mittelding zwischen La Kei und Keitel eben eingebracht, weil viele, viele Soldaten oder Offiziere haben das verachtet, was er gemacht hat. Aber Keitel war sehr fasziniert von, wie er sagte, Hitlers Genie. Er hat auch den Begriff geprägt, das ist der größte Feldherr aller Zeiten zu Hitler. So, das war also der Herr Keitel. Der Herr Keitel hat einen Haufen Mist in seinem Leben gemacht und hat beispielsweise reihenweise völkerrechtswidrige Dinge umgesetzt. Also wenn vom Führerbunker ein Befehl kam, was die Soldaten machen sollten, was normalerweise nicht militär machen darf, nämlich irgendwelche hilflosen Leute ausrotten oder sowas, hat er dafür gesorgt, dass das gemacht wurde. Beispielsweise war er jemand, der hat die polnischen Elite, die es da gab, die wurde ausgemerzt, die wurde ausgerottet und das war sein Job. Dafür war er zuständig, das hat er organisiert. Er hat in Jugoslawien beispielsweise einen Befehl gegeben, da gab es Aufstände in Serbien und da hat er gesagt, als Sühne für ein deutsches Soldatenleben muss im Allgemeinen die Todesstrafe für 30 bis 100 Kommunisten als angemessen gelten. Das heißt, das war natürlich dann einem Abschlachten völlige Freiheit gegeben. Noch verrückter wird es, auch in Jugoslawien, da hat er im Jahr 1942, also mitten im Krieg gesagt, die Truppe ist berechtigt und verpflichtet in diesem Kampf ohne Einschränkung auch gegen Frauen und Kinder jedes Mittel anzuwenden, wenn es nur zum Erfolg führt. Das heißt, völlige Freisetzung für alle Gräueltat, die du vorstellen kannst. Das war wie IS. Ja, egal was, alles ist erlaubt. Hauptsache, wir bauen da unsere Macht aus. Also der Typ war wirklich, wirklich derb. Dann hat er auch Soldaten dazu gebracht, also Jobs, also wirkliche Dirty Jobs auszuführen, die normalerweise so die SS-Leute gemacht haben. Die SS war eine Nazi-Organisation. Wie gesagt, die Reichswehr war einfach nur das Heer. Da gab es viele Nazis, aber es gab auch viele, die damit im Grunde nichts zu tun haben wollten. Aber er hat die eben da auf Linie gebracht und da war beispielsweise eine Aussage im Jahr 1941, da hat er gesagt, der Kampf gegen den Bolschewismus verlangt ein rücksichtsloses und energisches Durchgreifen, vor allem auch gegen die Juden, die Hauptträger des Bolschewismus. Und er hat immer und immer wieder über die Genialität des Führers und auch dann ganz zum Ende des Krieges diese Durchhalteparolen, so bis zum letzten Mann, Kämpfen und so weiter, da hat er ganz, ganz stark Schuldaufsicht geladen. Und dann kam es dazu, dass der Krieg verloren wurde. Kannst du mal das nächste Bild machen? Und am 8., in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945, also vor etwas über 70 Jahren, hat er, weil er eben der oberste Militär war, man beachte, mit militärischer Dings, hier mit Säbel und Handschuh und allem, richtig, Offizier, die Kapitulation unterschrieben. Er war derjenige, der dafür zuständig war. Ja, das war übrigens im sowjetischen Hauptquartier, die hatten den also geschnappt und da musste er das dann unterschreiben. Und dann wurde ihm und weiteren Personen angeklagt. und wurde nach Nürnberg gebracht, wo die Nürnberger Prozesse stattfanden. Er war einer der Leute, die dort auf der Anklagebank saßen. Und man hat ihn wegen vier Punkten angeklagt. Erstens, Verschwörung zur Planung eines Angriffskrieges. Zweitens, Verbrechen gegen den Frieden. Drittens, Kriegsverbrechen. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das waren seine Anklagepunkte. Und die Anklage, die hat vor allen Dingen folgenden Punkt gehabt, er war derjenige, der die Wehrmacht missbraucht hat, damit sie von den Nazis verwendet werden konnte. Er war die Schlüsselperson, die im Grunde genommen das Heer den Nazis zur Verfügung gestellt hat. Ja, und er wurde schuldig befunden in allen vier Bereichen, allen vier Anklagepunkten und am 1. Oktober 1946 zum Tod durch den Strang verurteilt. Neun, nein, zehn wurden hingerichtet durch Strang und das wurde am 16. Oktober 1946 in Nürnberg durchgeführt. Er hat noch darum gebeten, dass man ein Soldat ist, er schießt, das wurde abgelehnt, er wurde erhängt und war 64 Jahre alt. So, Johannes, machen wir das nächste Bild von den Nürnberger Prozessen. Das ist jetzt sehr unscharf, aber okay, das war halt dieser im Wesentlichen von Amerikanern geleitete Nürnberger Prozess. Das waren übrigens die letzten Todesurteile, die es in Deutschland gegeben hat. Und genau, und das nächste nochmal, genau, hier sitzt er, hier hast du also Göring und da sitzt der gute Herr Keitel, seiner militärischen Abzeichen also inzwischen entledigt. Ein Nazi Kriegsverbrecher. Ganz dofe Story. Also der hat im Grunde Millionen vom Menschenleben auf dem Gewissen. Der hat Elend und Übel über die Menschheit gebracht, wie wenige in der gesamten Geschichte der Menschheit. Ein richtiger miese Typ. Okay, jetzt machen wir mal einen kleinen Schnitt und gucken uns einen völlig anderen Typ an. Machen wir das nächste Bild. Den hier nämlich. Diesen etwas speziell kükkenden Herrn. Der heißt Henry Gerecke. Ja, der wird uns jetzt ein bisschen beschäftigen. Der Herr Gerecke ist, auch wenn er so heißt wie ein Deutscher, ist ein waschechter Amerikaner. Henry Fred Gerecke, geboren 1893. Ist auf der Farm aufgewachsen. Ja, in Missouri. Seine Vorfahren waren Deutsche und in seiner Familie wurde Deutsch und Englisch gesprochen. und die waren ganz fromm, lutherisch. Er war dann auf der Schule, hat dann ein lutherisches Seminar abgeschlossen, unten in St. Louis und wurde schließlich 1926 lutherischer Pastor an der Christ Lutheran Church. Okay. Und dann entwickelte sich die ganze Sache weiter. Er hat dann 1935, also als unser guter Herr Keitel schon steil im Karriereaufstieg war, wurde er zum Leiter der City Mission in St. Louis ernannt. Das heißt, er war zuständig jetzt für eine Art diakonische Arbeit, für die Krankenhäuser, für die Schulen und so weiter, die da eben von der Lutherischen Kirche betreut wurden und auch die Gefängnisse. Und Gereke hat sich da sehr eingesetzt und vor allen Dingen dieses Ding mit dem Gefängnis lag ihm auf dem Herzen. Er hat dann geheiratet dort in St. Louis und hat auch zwei Söhne bekommen, Henry und Carlton. So. Und dann fing der Krieg an und es begann also der Irrwitz zu toben und irgendwann beschlossen die Amerikaner, weil sie merkten, dass das da alles völlig aus dem Ruder gerät, sich in den Krieg einzuklinken und dieser berühmte D-Day wurde geplant. Und im Zuge dieses D-Days wurden also Zehntausende von amerikanischen Soldaten aus USA eben nach England gebracht, nach Südengland und da war der dabei. Er kam am 17. August 1943 hat er beschlossen als Armeepastor zu dienen, weil er gemerkt hat, da läuft so viel schief, die brauchen jetzt dringend Hilfe und hat wirklich sich da verpflichtet, als Armee geistlicher dort der amerikanischen Armee zu dienen und ist dann mit denen 1944 nach England gekommen. Dort hat er dann im Krankenhaus gearbeitet, wo die Verletzten betreut wurden, monatelang und erst nachdem der Krieg zu Ende war, kam er überhaupt nach Deutschland im Juni 1945. Da haben sie nach München gebracht und da hat er das KZ Dachau, was inzwischen schon befreit worden war, hat er gesehen. Das hat ihn sehr, sehr geprägt. Seine beiden Söhne hatten sich auch für die Armee gemeldet und wurden beide schwer verletzt. Ja, wir haben noch ein anderes Bild von Herrn Gericke. Da ist er, Chaplin auf seinem Jeep. Dann wurde er 1945 im November, da hat sein Vorgesetzter ihn ins Büro gerufen. So, und da haben sie ihm gesagt, pass mal auf, du, wir haben hier eine Anfrage. Du sollst nach Nürnberg versetzt werden. Du sollst dort Kaplan für die, also als Seelsorger, für die vor Gericht stehenden Nazis werden. Und sein Chef hat gesagt, pass mal auf, Junge, das ist der blödste Job, den du machen kannst. Das ist der unpopulärste Aufgabe, die du überhaupt noch vorstellen kannst. Ich rate dir eins, sag, du bist zu alt und lehnst es ab. Lass den Job jemand anders machen. Er hat gesagt, okay, machen ein paar Tage Bedenkzeit und dann kam er zurück und hat gesagt, nein, ich mach's. So, der war 52 und ist dann nach Nürnberg gekommen. Die US-Armee hat ihn aus drei Gründen beauftragt. Erstens, weil er deutsch sprach, zweitens, weil er gefangenen Seelsorge viel Erfahrung hatte und drittens, weil er lutherisch, also evangelisch war. In diesen Nazi-Kriegsverbrechern gab es ein paar, die wollten gar nichts und ich glaube 14 oder so was, die wollten oder 15, die wollten evangelische Betreuung, Seelsorge und sechs oder so was wollten katholische. Da gab es also auch noch einen katholischen geistlichen für die paar Leute und eben ihn dann für die evangelisch geprägten. Als wir dahin kamen, haben sie ihm gesagt, du kannst alles machen, du hast völlige Freiheit, mach was du für richtig hältst, nur zwing die Leute nicht. Also, wenn sie wollen, ist alles gut, aber wenn sie nicht wollen, dann lass in Ruhe, so etwa. Gut, und dann fing er an. Im November 1945 hat er seinen Job aufgenommen. Zunächst mal hat er jeden Gefangenen einzeln besucht. Und da gibt es ein Zitat von ihm, da heißt es Als ich den Naziführern in ihren Zellen vorgestellt wurde, fragte ich mich selber, wie muss ich diese Menschen begrüßen, die so unnennbar viel Leid über die Welt gebracht haben und die Ursache sind für den Verlust von Millionen von Leben. Auch meine zwei eigenen Söhne waren Opfer dieser Missetäter geworden. Wie sollte ich diese Männer begleiten und die Saat von Gottes Wort in ihre Herzen legen? Ohne selber das Wachstum dieser Saat zu verhindern. Und dann beschreibt er, er hat ein Buch darüber geschrieben, wie das alles gelaufen ist. Wie er bei Göring in der Zelle war und bei jedem Einzelnen von denen, für die er eben dann zuständig war und wie sich das entwickelt hat und wie die dann teilweise schroff abgelehnt haben oder blöd reagiert haben oder sowas und andere, die sehr offen waren dafür, für seinen Beistand. Als er in die dritte Zelle kam, saß da Wilhelm Keitel und was machte der? Der las die Bibel. Das fand er schon mal gut. Dann hat er ihn darauf angesprochen und der Keitel hat auf Englisch gesagt I know from this book that God can love a sinner like me. Also ich habe die Bibel gelesen und habe geschnallt Gott kann einen Sünder wie mich lieben. Das ist schon mal eine echt krasse Erkenntnis für so einen Typ. Dann gab es Gespräche und er hat zu Gottesdiensten eingeladen und so weiter und die immer betreut und hat ihn gebeten in der Andacht teilzunehmen und so weiter und dann hat sich wohl noch an dem gleichen Tag der Keitel da hingekniet und hat vor dem seine Sünden bekannt. Hat Gebet empfangen und der Gärige hat ihn gesegnet. So dann am Sonntag drauf fand der erste Gottesdienst statt und das war ja jetzt nach dem Krieg da war ja alles kaputt und die hatten da nur so einen Gefängnistrakt so einen halbzerbomben wo das alles stattfand und da gab es keine Räumlichkeiten und dann haben sie einfach zwei Gefängniszellen genommen die waren raus gebrochen und gesagt okay hier wird jetzt der Andachtsraum so jetzt brauchten sie einen Organisten war keiner zu finden fand sich da war ein ehemaliger SS Obersturmband Führer also ein sehr hoher SS Offizier der konnte Klavier spielen den haben sie gefragt und der war bereit hat den Organist zu machen das war wirklich eine schrille Veranstaltung diese Gottesdienste Übrigens hat sich dieser Organist der nicht angeklagt war jetzt in diesem Prozess weiß ich was der für einen Prozess hatte aber in diesem Nazi Prozess war er also gar nicht dabei der hat sich durch diese Predigten von dem zum Schluss auch bekehrt so die hatten 15 Stühle 13 waren besetzt und kam also ein ganzer Schwung von den Leuten und er hat den also wirklich richtig biblischen Unterricht erteilt so richtig die Basics und so weiter und das ging dann weiter und es wurden immer ein paar mehr dann folgten noch der eine andere das sind alles mit Namen hier und letztlich kam dann der Sommer 1946 jetzt wird es langsam eng die Anklage war schon fast durch mit allem und die Urteilsverkündung stand kurz bevor und dann hat man diesem Herrn Gericke gesagt also Gericke du darfst auf Heimaturlaub gehen darfst nach Hause deine Frau hat gesagt du darfst mal nach Hause kommen das haben diese angeklagten erfahren und dann haben sie einen englischen Brief verfasst an die Frau Gericke in Amerika und der wurde von allen Nazi Kriegsverbrechern unterschrieben und der Brief wurde wie gesagt dahingeschickt und der heißt es ich habe es euch mal so ganz grob in deutsch übersetzt liebe Frau Gericke ihr Mann Pastor Gericke betreut die Unterzeichnenden in religiösen Dingen während des Nürnberger Prozesses seit mehr als einem halben Jahr schon wir haben nun gehört liebe Frau Gericke dass sie ihn bitten nach Hause zu kommen wir verstehen diesen Wunsch sehr gut trotzdem bitten wir sie darauf zu verzichten ihre Familie um sich herum zu versammeln bitte berücksichtigen sie dass wir auf ihren Mann jetzt nicht verzichten können unser lieber Kaplan Gericke ist notwendig für uns nicht nur als Pastor sondern auch als der gute Mensch der er eben ist und dann kommt eine interessante Aussage da haben die geschrieben wie gesagt diese Nazi Kriegsverbrecher die da angeklagt waren alle also auch Göring hat unterschrieben und so weiter während dieser Phase des Prozesses ist es unmöglich dass jemand anderes durch die Mauern die sich um uns herum errichtet haben im geistlichen sind sogar noch stärker als im materiellen also die Mauern die man anfassen kann durchbrechen kann deshalb lassen sie ihn bitte bei uns wir stehen tief in ihre schuld wir schicken unsere besten wünsche für sie und ihre Familie Gott sei mit ihnen die gute Frau Gericke hat daraufhin ihrem Mann gebeten zu bleiben bis der Prozess vorbei war bald drauf am 1. Oktober 1946 wurden die Urteile gesprochen und da habe ich auch ein Zitat von dem guten Gericke da hat er geschrieben dann folgte die Verkündigung der Urteile Göring von Ribbentrop Keitel Kaltenbrunner Rosenberg Frank Frick Streicher Sauckel und Zeiss Inkward wurden zum Strang verurteilt Hess Funk und Räder erhielten lebenslängliches Gefängnis ihr wisst vielleicht noch dieser in Berlin einsetzende Olof Hess der erst vor ein paar Jahren gestorben ist wo es noch einen riesen Stress rum gab wie man damit umgehen soll lebenslängliches Gefängnis von Schirach und Speer 20 Jahre von Neurath 15 Dönitz 10 von Papen Schacht und Fritsche wurden freigesprochen in den Annalen des Gerichts steht dieser Tag verzeichnet als das jüngste Gericht so haben die das da genannt die Amis und jetzt wird es ernst und in dieser Phase betreut er also fünf sechs Leute ganz intensiv die sich wirklich für das Evangelium öffnen und da gibt es beispielsweise den von Ribbentrop das war der Außenminister der Nazis der hat fast die ganze Zeit Bibel gelesen und Keitel auch und da heißt es Keitel wurde am meisten von den Stellen bewegt die von der erlösenden Kraft des Blutes Christi sprachen und später schreibt er Gott hat ihre Herzen verändert und jetzt angesichts des Todes beim Verlust aller materiellen Dinge und auch ihres unwürdigen Lebens durften sie die Verheißung Gottes für einen armen Sünder erfassen und da wurde dann in dieser besagten Nacht als erster der Ribbentrop geholt als erster wäre eigentlich Göring dran gewesen der hat sich aber durch eine Zierankali Kapsel ohne sich bekehrt zu haben in der Nacht dem Tod durch den Strang entzogen obwohl er eine sehr gläubige fromme Tochter für ihn hatte die ständig für ihn gebetet hat er wusste das auch die hat ihn auch aufgefordert immer wieder dass er den Herrn Jesus annehmen soll aber er hat sich nicht erweichen lassen ok also war jetzt der Ribbentrop dran als er zum Galgen geführt wurde sagte er Gericke er vertraue auf Christus dann wurde er gefesselt und dann wurde er von einem amerikanischen Offizier nach seinen letzten Worten gefragt und dann sagte dieser Ribbentrop ich übersetze das mal er hat es auf Englisch gesagt ich setze all mein Vertrauen auf das Lamm das für meine Sünde gebüßt hat möge Gott Gnade haben mit meiner Seele dann hat er sich zu dem Gericke umgedreht und hat gesagt I'll see you again ich werde dich wiedersehen dann haben sie ihm eine Kapuze über den Kopf gezogen und die Falltür hat sich geöffnet und tot war er so Johannes machen wir das nächste Bild damit wir das auch nochmal haben hier ist jetzt bei der Urteilsverkündung dann der Herr Keitel und nochmal ein Bild da sieht man ihn in seiner Gefängniszelle kurz vor seiner Hinrichtung die Hinrichtung von Keitel und einem weiteren Menschen der ähnlich sich für das Evangelium geöffnet hat Saukel hieß der verlief ähnlich und der Gericke hat geschrieben auch Keitel ging auf Gottes vergebende Gnade trauend hinüber in die Ewigkeit dann wurde Saukel hereingeführt der mit einem letzten Gebet sein sündiges Leben mit der Ewigkeit vertauschte und er schreibt über Keitel noch Keitel der Chef des Wehrmachtstabes bat mich seinen Dank denen zu überbringen die daran gedacht hatten ihnen als Missetätern geistliche Hilfe zukommen zu lassen unter Tränen sagte er sie haben mir mehr geholfen als sie vermuten können möge Christus mir beistehen so das ist wirklich ein super erstaunliches Beispiel der Gnade Gottes denn die Gnade Gottes reicht aus damit ein solcher Schwerperbrecher durch das Blut Jesu reingewaschen wird die Sünde die der Typ getan hat mag zum Himmel schreien aber das Opfer was Jesus gebracht hat bedeckt alle Schuld und das ist etwas was durchaus ärgerlich ist der brave Bürger der sein Leben lang nichts ausgefressen hat der klassische Spruch ich hab ja keinen um gebracht der aber diese Gnade nicht annimmt für sich der fährt zur Hölle und der Typ hat die Gnade ergriffen der hat Millionen umgebracht oder dazu beigetragen und der ist im Himmel das widerspricht unseren moralischen religiösen Vorstellungen furchtbar da quietscht es auf wie kann das sein wo ist da die Gerechtigkeit Gottes die Gerechtigkeit Gottes ist dass er in seiner Gnade es anbietet und wer es ergreift der hat es und wer es ablehnt hat es nicht wer Jesus hat hat das Leben und wer Jesus nicht hat das Leben nicht und es ist vollkommen wurscht wie das Leben vorher ausgesehen hatte wie ich schon vorhin sagte der eine latscht Kilometer weit am Ziel vorbei aber die meisten die schrappen gerade so eben dran vorbei die meinsam super gelebt und alles ist bestens aber das eigentliche haben sie nicht erreicht und das ist eine wirklich herbe Sache Gnade ist etwas was unglaublich stark ist und extrem provokant Gnade ist für den größten Sünder Gnade ist für den Schecher Gnade ist für den Typ der ist im Himmel weil er das Opfer was Jesus gebracht hat angenommen hat für sich und das ist entscheidend wie wir leben und was wir tun und was wir lassen ist nicht relevant natürlich für unseren Lebens Weg ist es schon wichtig aber es ist nicht entscheidend ob wir dadurch zum Heil durch bringen es ist nicht entscheidend ob wir das wichtigste im Leben ergreifen das wichtigste im Leben ist Jesus anzunehmen und das hat er geschafft das ist wie der Tschecher kurz vor Toreschluss durch die Gnade Gottes weil der diesen Militärpastor geholt hat der wirklich ein Erbarmen hatte ist es dem gelungen 5 6 von diesen Nazi Größen zum Herrn zu führen und beispielsweise diesen ein extrem erstaunliches Beispiel für die Gnade Gottes die Gnade ist größer das Blut Jesu bedeckt alle Schuld es gibt Menschen die neigen dazu in Unwissenheit dumme Sachen zu sagen wie beispielsweise sowas wie also wenn der im Himmel ist dann will ich da nicht sein die sagen wenn das ein Gott der Gerechtigkeit ist dann kann ich darauf verzichten da brauche ich nicht hin das ist im höchsten Maße töricht man muss super vorsichtig sein vor solchen wahnsinnigen Aussagen wir sind wirklich vom Feind einem vorgequakt ganz vorsichtig sein jeder sagt die Bibel hat keine Chance zu Gott zu kommen jeder ist unter der Sünde jeder ist verloren es ist keiner der gerecht ist auch nicht einer jeder braucht die Gnade Gottes und wir beurteilen der ist aber böse und der ist besser und der ist schlecht das interessiert Gott nicht jeder ist sozusagen auf der schwarzen Seite und diejenigen die durchs Tor kommen das sind diejenigen die gerettet sind das ist wirklich mächtig die Gnade Gottes und wir sollten wirklich da uns bewusst sein was es bedeutet dass wir das ergreifen durften als Christen dass Gott uns das angeboten hat dass er es uns geschenkt hat dass wir das haben dürfen wie gewaltig ist das die Gnade reicht aus für alle Sünden von jedem Menschen das Blut Jesus stärker wer es für sich in Anspruch nimmt der ist gerettet und ich möchte jetzt gerne vor allen Dingen für den Film den wir machen wirklich Bekehrungsaufruf machen ich möchte sagen wenn dich das betrifft und wenn du merkst dass du da wirklich erwischt bist gepackt bist dass du merkst dass das dein Herz berührt dann tu das tu es jetzt und nimm Jesus Christus für dich an als Herrn und Retter und Erlöser und ich möchte euch einfach bitten macht mal die Augen zu wir sprechen dieses Übergabegebet mal gemeinsam und und ich lade dich ein wirklich mit uns mit zu beten Herr Jesus ich weiß dass ich vor dir nicht gerecht bin ich bin ein Sünder und ich habe den Tod verdient aber durch deine Gnade darf ich gerecht sein durch dein Blut wird meine Sünde vergeben und das möchte ich jetzt in Anspruch nehmen ich nehme dich an als mein Herrn und Retter ich akzeptiere dass du für meine Schuld gestorben bist und dass ich nur durch dich Zugang zum Vater habe vergib mir meine Schuld ich nehme dich als mein Erlöser an Amen Die Story geht noch weiter die Nazis hatten in der Geburtsstadt von dem Herrn Keitel eine Kaserne gebaut ihm zu ehren haben ihm den Namen auch gegeben und zwar war das eine spezielle Kaserne wo diese Grat Fahrer ausgebildet worden sind also Motorrad Fahrer die so als Booten und so weiter fungiert haben kleine schnelle Teams ganz leicht und fix unterwegs und das wurde diese Kaserne geleitet von dem nationalsozialistischen Kraftfahr Chor NSKK das war eine paramilitärische Unterorganisation der NSDAP und diese Kaserne trug den Namen NSKK Motorsportschule Generalfeldmarschall Keitel und wurde 1936 auf dem Osterberg in Bad Gandersheim eröffnet das war eine Vorzeigeeinrichtung der Nazis und wurde häufig von NSDAP Politikern besucht und das war unter dem daneben hier ist er weiß nicht einer von den beiden Bergen ist der Osterberg der ist nach Ostara benannt und das war ein germanischer Highplace ein Kraftplatz die Nazis haben häufig solche Sachen genutzt und sich da angedockt war alles sehr okkult und der Herr Keitel war in Bad Gandersheim in einem kleinen Dorf was zu Bad Gandersheim gehört geboren in Helmscherode diese diese Kaserne war dann zwischenzeitlich waren da norwegische Soldaten nach dem Krieg untergebracht und dann später ging das an den Zoll wurde eine Zollschule und danach wollte der Staat das dann verkaufen und eigentlich wollten sie ein Gefängnis reinmachen und dann kam Ehepaar Humburg und Schenz vorbei und sagten das würden wir gerne nehmen wir wollen da auch was paramilitärisches machen für die Armee des Herrn und da ist das Glaubenszentrum reingegangen genau da sieht man es heute schon mit der schönen Erweckungshalle was sie da ausgebildet haben waren kleine flotte Eingreiftruppen für das Reich Gottes die fix unterwegs sind um das Reich des Herrn zu bauen oben in dem sogenannten Rittersaal diesem S-Saal ich weiß nicht wer da schon mal drin war sehr speziell da haben die Nazis eben ihre abstrusen Sachen gefeiert benannt nach Herrn Keitel ich finde das Ganze aber noch interessanter weil eigentlich ist das ein wirklich interessantes Bild für Deutschland weil der Typ hat sich vollkommen disqualifiziert und wenn irgendein Land auf der Welt sich für die Gnade Gottes disqualifiziert hat dann ist es Deutschland wenn irgendein Land den Zorn Gottes auf sich ziehen musste dann ist es Deutschland ja Millionen von Juden und anderen Gruppierungen brutalst ausgelöscht ein Unrechtssystem endloses Elend über die Welt gebracht vollkommen crazy von dämonischen Kräften entfesselt die haben gewütet Deutschland erster Weltkrieg zweiter Weltkrieg Holocaust liberale Theologie Erfindung des Kommunismus Erfindung des Faschismus Endloses Elend Kranker Imperialismus noch früher später kranker Wirtschaftsimperialismus endlose Sünden auf sich geladen Deutschland hat sich wie kein weiteres Land der Welt auf Rang 2 kommt vielleicht Russland mit Stalin disqualifiziert für den Segen und die Gnade Gottes alles in Sand gesetzt vor allen Dingen durch die systematische Vernichtung von den Juden Gottes Volk was eine super wichtige Bedeutung für die Endzeit hat wo der Feind versucht hat das zu vernichten um dieses Ziel zu zerstören und hat Deutschland dazu gebraucht und wenn man sich dann mit dem beschäftigt was der Herr für Deutschland an prophetischen Vorhersagen hat was er uns zusagt von dem was er tun wird was er durch Deutschland tun will gerade auch im Hinblick auf Israel dann wie ist das möglich das ist ja völlig irre wie ist das möglich vollkommen disqualifiziert voll vom daneben alles versemmelt was überhaupt nur zu versemmeln ist und Gott sagt hey genau die will ich nehmen und will mich in gewaltiger Weise verherrlichen ich habe ja da mit diesem Tsunami Broschüre Prophetien darüber schon gesammelt und auch in dem Buch Gott in Deutschland weil genau das ist der Punkt wenn man sich die Historie anguckt sagt man die Gnade Gottes als Deutschland und wenn du dir die prophetischen Vorhersagen anguckst sagst wie passt das zusammen das ist gewaltig was Gott sagt und für mich ist als biblische Figur das beste Beispiel Paulus Paulus hat ja auch die Gemeinde damals verfolgt er war ja auch die treibende Kraft in der Zerstörung der Christenheit das heißt nämlich als er sich bekehrt hatte dass die Verfolgung aufhörte also das geht dann schon so davon aus dass er die treibende Kraft war nachdem der weg war hörte das ganze auf er hatte einen Hass auf alles christliche und hat versucht zu vernichten kaputt zu machen völlig disqualifiziert die Christen wussten das ist der Hauptgegner das ist das eigentliche Problem der ist der ist der Stressmann und als der sich bekehrt hatte dann haben das erst nicht glauben können weil es klang zu spinnert aber eine begegnung von 30 sekunden mit jesus hat ausgereicht um den typ völlig umzudrehen und er der erst die gemeinde so verfolgt hatte wurde zum gewaltigen waffe in der hand gottes um ein reich zu bauen größte teile des neun testaments zu schreiben und so weiter menschlich gesehen völlig disqualifiziert aber durch die gnade gottes berufen und deshalb schreibt paulus auch von der gnade und er weiß auch dass er nur durch gnade gerettet ist und so ist ähnlich das mit deutschland die deutschen haben auch sehr strukturiert sehr gut ausgebildet sehr diszipliniert das volk gottes verfolgte juden haben es versucht zu vernichten völlig pervers professionell sage ich mal völlig disqualifiziert wenn irgendwo auf der Welt ein Jude sagte welches Volk ist hier welches Land ist hier das Problemland das ist immer deutschland und gott sagt genau die nehme ich mir und werde meine gnade verherrlichen und deshalb sind diese verheißungen die gott für deutschland gibt gewaltig und da ist der typ der alles versemmelt hat aber durch die gnade gottes erhoben wird und noch gerettet wird ist für mich ein wunderbares beispiel wir als deutsche haben als volk diese kriege mit angezettelt hitler ist durch demokratie an die macht gekommen durch wahlen nicht durch den militär putsch da ist ein großes problem in deutschland gewesen aber gott in seiner gnade sagt ich gebrauche das land um mich zu beherrlichen das finde ich so grandios und das ist ein bild für die gnade gottes die gnade die mit uns hat die gnade die mit jedem einzelnen hat die gnade die mit unserer region hat und unserem land die gnade gottes ist viel viel größer als wir ermessen können und wenn gott sagt ich will etwas tun wird das auch tun nichts kann das aufhalten und deshalb sind wir voller begeisterung von den verheißungen die gott uns gibt als nation menschlich gesehen hier jetzt fast skurril an sowas zu glauben aber im geist kann da ganz schnell sich was verändern und deshalb strecken wir uns danach aus nach dem was gott für uns hat wir strecken uns aus nach dem was an verheißung da ist und sagen her wir wollen dabei sein wir wollen dir zur verfügung stellen dass du deine gnade durch diese nation durch die christen die die gewaltigen zeichnen die du verheißen hast der ganzen welt zeigst was für ein zeugnis was für ein zeugnis wenn gott diese deutschen nimmt um sich zu verherrlichen ich möchte euch bitten einfach jetzt eine kurze zeit des gebets zu nehmen jeder einzelne für sich um zu überlegen wie wir einfach persönlich auf diese gnade und dieses wirken gottes in jedem einzelnen von uns reagieren können es gibt nur eine antwort wir geben ihm unser ganzes leben wir geben es ihm hin und erwarten dass er sich verherrlicht wie er möchte wir danken dir für deine wunderbare gnade wir danken dir für deine gewaltige erweise die du uns gibst wir danken dir dass wir als Sünder als verloren durch dich durch das was du getan hast gerettet sind erlöst dass wir das ergreifen konnten und wenn es bei uns möglich ist und bei diesem willem keitel möglich ist so ist es bei jedem menschen möglich wir wollen keinen aufgeben weil wir denken das ist unmöglich dass sich so jemand bekehrt wir wollen unseren ehepartner nicht aufgeben unsere kinder nicht aufgeben unsere eltern nicht aufgeben unsere verwandten nicht aufgeben unsere nachbarn nicht aufgeben unsere arbeitskollegen nicht aufgeben die menschen mit dem wir zu tun haben wir wollen sie nicht aufgeben weil wir wissen eine begegnung von wenigen sekunden wo sie dir als lebendigen gott begegnen kann ihr ganzes leben vollkommen auf den kopf stellen und herr wir wollen uns dir zur verfügung stellen und sagen gebrauche uns gebrauche uns um einfach dass du durch uns wirken kannst und die menschen erreichen kannst gebrauche uns damit das passiert damit es durchbricht nimm unser leben damit menschen gerettet werden damit menschen durchbrechen wir wollen dass deutschland gerettet wird wir wollen dass millionen von menschen gerettet werden erlöst sind nicht knapp oder weniger knapp am ziel vorbeisemmeln sondern tatsächlich die richtige ziel jene erreichen dafür bist du gestorben dafür hast du alles gegeben und wir als deine kinder wir sagen herr gebrauche uns damit du unser leben nimmst um möglichst viele dahin zu bringen du hast uns gesagt du hast in auftrag gegeben dass wir dein wort weitergeben sollen dass wir menschen einladen sollen dass wir missionsbefehl du hast uns gegeben wir nehmen es ernst wir sagen herr es tut uns leid wo wir die klappe gehalten haben wo wir hätten reden sollen wo wir so lange schon geschwiegen haben wo wir hoffen hoffentlich keiner mit dass ich christ bin oder sowas es tut uns leid wir wollen buße dafür tun und wir wollen kühn wirklich dafür stehen dass du unser herr und retter bist wir wollen nicht mehr klein beigeben wir wollen nicht mehr kuschen wenn irgendwie der name verlacht wird oder sowas nein wir wollen uns hinstellen und sagen der name jesus ist überall namen durch das blut jesu kann jeder gerettet werden und wir glauben dass du in unserem umfeld menschen zu dir ziehen wirst und deshalb beten wir dass du uns erwächst raus kommen aus dieser schläpprigkeit und dieser behäbigkeit und dieser lahme arschigkeit sondern dass wir uns hinstellen und wirklich sagen ich stehe für das reich gottes her gebrauche mich als dein sprach bohr gebrauche mich dass deine kraft durch mich fließt gebrauche mich damit ströme lebendigen massers fließen heilung befreiung passiert durch mich durch mich gebrauche mich immer mehr immer mehr immer mehr und ich möchte dich einladen dass du dein Leben wirklich ganz neu dem herrn hingibst und sagst herr ich möchte dass du mein leben nimmst um dich zu verherrlichen ich möchte dir mein leben neu geben damit du das tun kannst was du durch mich tun willst herr